Die letzte vorerst Legende mit den Perks, Caustic ist am Start. Er hat auch ultra starke Perks, wie ich finde und macht auf jeden Fall auf der Mobilversion bestimmt richtig Bock zu zocken. Lieber Klaus, damit liebe Grüße von mir an dich. Wir starten mit den Caustic Perks, die ich wirklich ultra geil finde. Feldforschung, achso, natürlich geben wir eine Skilltree, Mensch, was ist mit mir los? Feldforschung, Gegner, die Fallen zerstören, werden auf der Karte gepinkt. Schon mal geiler Perk, der Perk ist klar. Wir bekommen 100 Schaden auf unser Evo-Schild, obendrauf zum Pimpen, wenn wir einen Finisher erfolgreich rausballern. Wir bekommen die Meisterschaftsplakette für Caustic, wir bekommen Heilkatalysator Perk. Der Effekt von Heilobjekten wird verstärkt und Verbündete werden innerhalb einer Gaswolke schneller wiederbelebt. Den finde ich krass, das ist ein wirklich cooler Perk. Und auch, naja, ich will gar nicht darauf einreden, was man mit Caustic eigentlich alles für krasse Sachen machen kann. Naja, Kopfschmerzen ist ein E-Mod. Tox-Indie, was Tox? Alter, ehe ich gerafft habe, was das für ein Wort ist. Toxin-Detektor, alles klar. Du kannst Gegner in Gas durch Mauern sehen. Holla, die Waldfee, interessant. Dann haben wir tödliches Momentum, der Einsatz seines Finishers, verkürzt die Abbringzeit um 30% für deine Ulti. Wir haben ein Apex-Pack. Taktischer Vorteil, der Einsatz seines Finishers lädt deine taktische wieder auf. Wir haben verrücktes Experiment-E-Mod. Voranschreitende Seuche. Nox-Gas-Granaten, das kann nur die Ulti sein, alles andere sind Fallen, wirken länger, aber der Gasradius ist zunächst klein und vergrößert sich erst im Laufe der Zeit. Nicht schlecht. Verheerende Infektionen, der Radius von Nox-Gas-Granaten vergrößert sich, aber ihre Wirkungsdauer wird verkürzt. Sollen wir, ist das letzte E-Mod. Und wir haben fliegendes Verseuchungsmittel. Gasfallen können über lange Strecken geworfen werden, allerdings verzögert sich dadurch ihre Einsatzzeit. Zwei, drei Perks, die ich sehr interessant finde. Auch hier bin ich wie immer, wie immer, Deutsch, Hallo, Sprache, völlig verloren. Wie immer, auf eure Meinung gespannt in den Kommentaren. Das war die vorerst letzte Legende, was die Perks betrifft in Apex Legends Mobile. Spätestens dann, wenn es eine neue Legende gibt, gibt es natürlich wieder ein Perk-Video. Ansonsten lasst euch einfach mal überraschen, was als nächstes so schönes geplant ist. Das war es von mir. Und solltet ihr irgendein Video verpasst haben in Sachen Legendenperks, schaut mal in die Playlist von Apex Legends Mobile. Ihr werdet garantiert fündig, fündig über die anderen neuen Legenden von Apex Legends Mobile. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.